Liebe Freiburgerin, es ist Mittwochfrüh, irgendwie 5 Uhr, ich bin an der Stelle, wo ich im Moment meine Nächte verbringe, bei den Bankautomaten der Postbank. Weiterhin weigert sich das Jobcenter, seinen Job zu tun, meinen Antrag auf Übernahme der Kaution und der ersten Miete für das Zimmer in der CD-Helberge von Fensterbau-Feser zu übernehmen. Also penne ich weiterhin hier nachts, versuche den Sicherheitstypen, der hier auftaucht, zu vermeiden.